Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu 476 mit der Fanny. Bevor wir mit Paladin Rahmani noch mal reden, was ja irgendwie in der letzten Folge nicht funktionierte, möchte ich ganz gerne mit euch mal so ein paar, wie sagt man dazu, Challenges machen. Und zwar würde ich gerne ein beliebiges Plüschtier an einer Bastelwerkbank herstellen und eventuell die Tee-Kannen-Quest machen, die tägliche. Ähm, ich probiere es mal. So, wir stellen erstmal ein Plüschtier her. Mal gucken, was ich herstellen kann, weil ich habe ja viele Baupläne bekommen. Ähm, Souvenirs vielleicht? Ah. Oh, das sieht ja mal interessant aus. Komm, die, die stellen wir mal her. Okay. Die ist auch cool. Komm, stellen wir auch her. Ah, alles klar. Plüschtier Brahmin habe ich, glaube ich. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ähm, was haben wir denn noch schönes? Todeskrallen-Eier. Okay. Tunnel der Liebe, Schneekugel. Oh ja. Einmal herstellen. Sehr schön. So. Ha. Und schon habe ich mich ein bisschen hochgelevelt. So, ich glaube, ich bin jetzt Level 7, glaube ich. Oder Stufe 7 oder sowas. Gut. So, okay. Ähm, dann haben wir das und dann... Achso, wartet mal. Jetzt habe ich das natürlich alles in meinem Rucksack, ne? Wartet mal kurz. Ähm... Wo finde ich denn das jetzt? Bei Diverses? Oder wartet mal. Ne, ich mache das mal bei Neu. Genau. Ich würde das nämlich gerne lagern. Lagern und lagern. Okay. Perfekt. Dann habe ich das nämlich erstmal raus, ne? Nicht, dass ich das nachher noch irgendwie aus Versehen, ähm... Verwerte. So. Ähm... Teekanne, Teekanne, Teekanne. Die war irgendwo da oben. Genau. Dann gehen wir erstmal zu Rustipeak. Genau. Außenbereich. Ach, verdammt. Das war falsch. Ich habe noch gar keinen Honig. Oh nein. Warte mal. Kann ich... Ich kann abbrechen. Sehr schön. Moment. Äh... Honig, 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 Honig. Ich glaube, ich brauche mal 10, ne? Und das finde ich bei Hilfsmittel? Ne, das finde... Oder? Wo finde ich nochmal... Oder ne, das finde ich bei Essen und Trinken, glaube ich, ne? Ja, hier. So. Jetzt, jetzt kann ich reisen. Jetzt kann ich reisen. Äh, zu... Äh, zu... Na, sag schon. Rusty Peak. Da unten. Boah, ich suche immer noch, ne? Ich suche immer noch ganz oft. Ich weiß immer gar nicht, wo was ist. So. Es scheint auch dunkel zu werden, ne? Oder zu sein. So. Ich bin immer noch Stufe 49, wie ihr sehen könnt. Und dann hoffe ich, dass ich, äh, danach, wenn ich das jetzt hier mit dem, mit dem Tee gemacht habe, ähm, dass ich danach mit der, äh, Dingens reden kann. Mit Paladin Ramani. Achso, nee, ich muss ja weiterreisen. Ich muss ja gar nicht da rein. Ähm. So, Riesenteekanne. Das kostet ja nicht allzu viel Kronkorken. Das ist nämlich ganz gut, wenn man so einen Zwischenstopp einlegt. Ach, diese Lade wird schon, meine... Ich meine, die sind ja hübsch, aber dauern ganz schön lange. Komm schon. Nun, komm schon. Drei Jahre später. Na, endlich. So, ich habe eine neue, sonstige Quest verfügbar. Ich weiß. So, erstmal Waffe zicken. So, wo ist denn mein kleiner? Hier. Ja. Komm, ich will über die reden. Ah. Es ist wunderbar, Sie zu sehen. Ja, wie besorgen die den Honig? Sehr gern. Willkommen zurück. Leider bin ich knapp. Ja, äh... Achso, wartet. Das war wohl zu früh. So, jetzt nochmal. Willkommen zurück. Leider bin ich knapp an Honig. Und Sie haben bereits eine Wohltote. Wartet, also irgendwie... Oh, wie ist das alles ein bisschen... ...verpackt. So. Hey, mein Freund. Willkommen zurück. Leider bin ich knapp an Honig. Und Sie... ...hann... Ja, nun mach doch mal, mein Freund. Hab ich nicht genug Honig? Müssen das mehr sein? Hm. Okay. Waren das nicht immer zehn Honig? Meine Lieben. Komm, wir töten noch ein paar Kreaturen hier. Das ist noch eine Nucca-Cola. Aua. Aua. W-was? Moment. So. Aua. Okay, vier vom 25. Na, da hab ich ja noch eine Menge vor mir. So, erstmal die hier nehmen. Ah, die trinken wir auch gleich. Ah, lecker, lecker. Ja, ich weiß nicht. Sind das jetzt nur zehn Honig oder... Hä? Mir waren immer so, als wäre es zehn. Überspringen. Hallo. Ja, okay. Ich glaube, ich habe nicht genug Honig dabei. Ich glaube, das ist das Problem. Habe ich denn zehn eingepackt, ich depp? Ja, ich habe doch zehn in der Tasche. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Mal ein bisschen was essen hier. So. Gut. Okay. Dann ist es erstmal so. Gut. Egal. Dann reisen wir jetzt... Dann reisen wir jetzt zu... Paladin Ramani. Nochmal nach Fort Atlas. Außenbereich, ja. Hm, das mit dem Honig ist das natürlich ein bisschen ärgerlich. Ah, muss ich nachher mal probieren. So, der macht mal das Ding da weg hier. So. Und jetzt gehen wir nochmal mit der Räne. Beziehungsweise erstmal hier in die Kiste gucken. Oh, die nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, ob ich die schon habe. Plastramine brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Obwohl ich hätte sie verkaufen können. Hm. So, Ramani. Ich muss mit dir reden. Hi. Noch eine Atomrakete? Appalachia braucht uns wirklich. Ich sollte nachsehen, ob irgendjemand Hilfe braucht. Wollen wir deinen Auftrag besprechen? Ach ja, endlich. Wo ist dieses Nest? Wir wissen es nicht. Das erste Mal hat uns eine Familie von Farmern von den Angriffen erzählt. Die Putnam's. Das war auf dem Weg hierher. Ihre Söhne haben große Augen gemacht, als wir aufgetaucht sind. Der ältere der beiden wäre am liebsten gleich mit uns mitgekommen. Fang dort mit der Suche an. Die wissen vielleicht mehr. Du findest sie im alten Louis & Sons Laden für landwirtschaftliches Zubehör. Mhm, mhm. Ähm, gehöre ich zur Bruderschaft, wenn ich das tue? Wenn du diesen Einsatz gut abschließt, erhältst du den Anwärterstatus der Bruderschaft. Alles klar. Okay, das hatte ich, glaube ich, neulich auch schon gefragt. Ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Na gut. Erledige das. Dann gehörst du zu uns. Mit allen Rechten und Pflichten eines Mitglieds der stählernen Bruderschaft. Ad victoriam. Ad victoriam. Okay. Jemand hat seine Waffe schon wieder nicht ordnungsgemäß zurückgelegt. Ist da etwa eine Schulung nötig? Ja, das kann schon sein. Ihr Aufbau. Aber sie blicken nur in die Zukunft. Wenn wir die Vergangenheit nicht verstehen, machen wir die gleiche Fehler noch mal. Jetzt ist die Frage, Louis & Sons. Louis & Sons. Ne, das ist immer wieder auf Streife. Das hatten wir auch schon mal zusammen gemacht. Ich finde es immer sehr unübersichtlich. Kann man das nicht irgendwie mit irgendeiner Neonfarbe... Hier muss ich hin, ne? Aha, hier hinten. Okay, passt mal auf. Die Ältesten können uns viel beibringen. Hoffentlich treffe ich sie mal persönlich. Ach, ne, wartet. Alles gut. Ich werde jetzt wieder hier hinreisen. Zu Rusty Peak. Kannten wir ja nicht schon. In den Außenbereich. Und dann reisen wir direkt dort zu... ...dem Schauplatz, wo wir hin müssen. Ja, zu Louis & Sons. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Dass man immer... ...um Chromkorken zu sparen... Ah, da war ich noch gar nicht. Okay, dann muss ich wohl... ...nochmal zu... ...zu den Jukka-Kolau-Werk... ...kann... ...kann aber. Meine Güte. Ja, dann reisen wir jetzt dahin. Ist ja egal. So, aber... ...ich muss... ...ja, die Straße entlang. So, und dann versuche ich auch mal noch ein bisschen was hier an Kreaturen zu erledigen, ...damit ich, ähm... ...vielleicht noch die 25 vollkriege. Zweimal Red. Zweimal Red. Ich habe diese Dornbüsche allmählich verdammt satt. Hi. Ah, egal. Bin jetzt so voll, nach oben zu laufen. So, haben wir hier irgendwas Schönes vor mir? Was machst du hier? Zum Kinderspielplatz geht's da entlang. Ach, halt doch die Klappe. Ich bin erwachsen. In meiner Freizeit lese ich gern Magazine. Und du? Hast du die schon mal gelesen? Ja. Ich liebe es, die Dinger zu lesen. Ich habe noch ein paar davon übrig. Du liest bestimmt Pistolen und Patronen. Oder etwa nicht? Willst du's haben? Oh ja, ich nehm's. Viel Spaß damit. Danke. Hab ich bekommen. Was schaust du mich so an? Was? Erst mir was schenken und dann wieder so unhöflich. Ach, du bist echt ein Sack. Geh weg. So. Dann schauen wir mal, was ich da jetzt, ähm, dort vorfinde. Aber erst nachdem wir hier ein bisschen rumgeschnippen. Oh. Ja, ich weiß, hier ist Plastik. Ja, komm, ich nehm's jetzt mit. Ich weiß, da ist Plastik drin. Ich lass die mal ganz oft liegen. So, aber ich hab's schon entdeckt. Ölkanis. Da kommen die mal alles mit hier. Ja, komm. So, da wären wir auch schon, ne? Wo ich hin sollte. Oh, Branim. Gib mir deine Milch. Oh, hier ist wieder ne Zeitschrift oder so. Ich hör wieder... Da. Sehr gut. So, ich nehm jetzt auch alles mit, ja? Damit ihr euch nicht wieder beschwert. Nur so Schrauben sowieso. Oh, ich würd so gern, äh, diese Bran, Branim, Karawane, Betka? Hey, komm mit mir mit. Du hast ihn ab sofort Dogmeet. Basketball. Oh, jetzt hab ich den Napf weggenommen. Es tut mir leid. Oh, ganz viele Golfbälle. So. Ein paar Blümchen. Also schön sieht's ja hier aus eigentlich, ne? So, Terpentin. Oh, ja. Ich sollte auf jeden Fall... Ähm... Wenn ich was habe zum Pflanzen. Was Schönes hier. Ich glaub, ich hab noch gar keine Tattoo-Pflanzen. Ne, wartet mal. Ich hab noch diese hier nicht, ne? Ne, Mais hab ich. Die ja, hab ich. Ne, doch. Mutterbären hat er... Doch, die hab ich doch auch, oder? Nehmen wir alles mit. Ich kann's ja gleich verwerten. So, und was soll ich jetzt hier machen? Sprich mit Familie... Ach so, ja, mit der Familie soll ich reden. So, das... Oh! Ah, kenn ich aber auch schon. Nein! Mann. Steh auf. So. So. Registrierkasse. Haben wir noch einen Topf. So, erstmal die Gegenstände verwerten natürlich. Und das auch noch. Perfekt. So, dann reden wir mal mit der Familie. Genau da haust. Na, das hab ich auch noch nicht aufgesammelt. Was ist denn hier los? Fanny ist wieder am looten. Heute hab ich wieder meine Lootlaune. Ach so, sitzen. Oh Gott, meine Nase läuft schon wieder. Wartet mal, ich geh mal ganz kurz hier rein. Ich hätte auch gern sowas. So ein Stall. Ja. Oh. Haben wir, sammeln das alles mal ein hier. Wilde Karottenblumen. Ich glaube, Mutter... Hallöchen! Hallöchen! Kann ich mit dir reden? Hallöchen! Mutterbären hab ich, glaub ich, noch gar nicht. Ähm, ich muss die unbedingt mal sammeln. Also, Pflanzen auch. Ach so, hier war ich schon drin, ne? Gut, dann gehen wir mal hier rein. Haus der Pattins. Oh, hier liegt auch noch was. Nimm die Waffe weg. Entschuldigung, ich muss erst mal hier sammeln. Sorry, aber ich suche erst mal ne Zeitschrift, Jungs. So. Bierflasche. Autopsie-Brettspiel. So, so. Entschuldigung, wenn ich Ihnen hier alles wegräume. Aber das braucht ihr doch nicht mehr, oder? So. Weil Dekoration ist sowieso nur Staubtränger. Das braucht ihr alles nicht. Ah, Mutterbären. Meins. Dankeschön. Sugar-Messer. Ich nehm jetzt wirklich alles mit, ne? Denn schon, denn schon. So. Äh. Ich wasch den jetzt mal ab, ne? Ich röm' das Geschirr mal weg. Und das Besteck. So. Dann haben wir hier noch ein paar Zigarettchen. Gebt mir den Stift. So. Einmal skillen. Äh. Einmal hacken. Hacken. So. Da ist nix drin. Gib mir den Topf. Gib mir den Topf. Danke. Und ich bin überladen. Aber ich verwerte erst mal alles. Genau. Perfekt. So. Ich rede gleich mit euch, ja? Nein. Nicht schießen, ich gehöre zur Bruderschaft. Wow. Waffe runter. Ich bin keine Gefahr. Senkt lieber die Waffe, bevor jemand verletzt wird. Sorry fürs Reinplatzen, aber ich habe einen Auftrag. Genau. Auf einer Mission, sich das Hirn wegpusten zu lassen? Ach, Jard. Nimm sie runter. Ja. Okay, komm her. Dann finden wir mal raus, was hier Sache ist. Ja, später. Ich muss erst mal nach oben. Ich wollte die nämlich noch gar nicht anklicken. Ja, komm schon. Gebe mir. Danke. So. Wird schlafen. Nein, noch nicht. Oha, ich fahre gleich runter. Aber irgendwie niedlich eingerichtet, oder? Gebe mir den Teddy. Dankeschön. Das Kissen bitte auch. Hä? Wo liegt denn das, was ich suche? Ich sehe es nicht. Wo ist es? Ist es da draußen? Ach, verdammt. Irgendwo wird mir was angezeigt. Also sprich, ähm, angedeutet mit dem Ton, aber ich sehe es nicht. Nee, hier draußen ist es nicht. Das ist also hier drin. Entschuldigt. Wo denn? Wo denn? Gut, reden wir erst mal mit Carol. Du solltest nicht einfach so reinplatzen, sonst hast du vielleicht bald mehr Blei im Körper, als dir lieb ist. Ich heiße Carol Putnam. Das ist mein Mann George. Wie wär's, wenn du uns verrätst, warum du hier so reinplatzt? Dann können wir die Sache vielleicht aus der Welt schaffen. Ja, immer hübsch langsam. Ähm, das ist deine Farm, auf dem Schild draußen steht, Louis und Söhne. Wir sind weder Louis noch die Söhne. Aber das hier gehört uns. Louis war einer meiner Cousins. Gott hab ihn selig. Er und seine Familie sind draufgegangen, als die Bomben fielen. Ich mag die Stimme. Wir suchen gerade einen Ort zum Leben, als wir hörten, dass es in West Virginia wieder sicher sei. Ich habe Carol überredet, nachzusehen, ob hier noch alles steht. Auch nach all den Jahren gab es hier genug Werkzeuge, um den Aufbau einer Farm einfacher zu machen, als auf einem klassischen Hof. Ich fand es unnötig, das Schild anzupassen. Äh, begrüßt du alle Besucher so? Nicht alle. Nur die, die unangekündigt kommen und nach Ärger aussehen. Hallo, ich bin eine ganz hübsche junge Dame. Ähm, die Schild in der Bruderschaft schickt mich, um die Kuhlangriffe in der Gegend zu untersuchen. Das sind doch die schwer gepanzerten Militärs, die hier neulich durchgekommen sind, oder? Ich hatte ihnen von den Angriffen erzählt. Diese Bruderschafter sind echt cool. Warte, nehmt ihr noch Leute auf? Ich, ich wäre gern dabei. Die hatten echt tolle Ausrüstung. Kriegt euch ein, Jungs. Hier reden Erwachsene. Du wolltest mehr über die Gule wissen. Ähm, Jungs, wollt die Bruderschaft beitreten? Okay. Seid ihr nun ihr, seid nur ihr vier hier? Äh, wie läuft es mit der Farm? Okay, ich frage ich nur das. Ich bin bald Selbstversorger. Das Gewächshaus wird langsam. George möchte das Haus wieder aufbauen, aber uns geht's gut hier. Die Jungs werden eigene Zimmer wollen, Schatz. Tu nicht so, als wäre es dir egal, ihr Schnarchen nicht mehr zu hören. Es gibt dringenderes. Wenn ich dein Schnarchen 20 Jahre lang ertragen kann, dann das der Jungs allemal. Hm. Wahre Worte. Äh, seid nur ihr vier hier? George, die Jungs und ich. Marty ist der Übereifrige. Colin, Erde, Stille. Ich muss wohl nicht extra erwähnen, dass wir nicht wehrlos sind. Und natürlich sind da noch die Roboter. Die packen jetzt mit an. Nerd. Jungs, aufhören. Also wir, die Roboter und die Hunde. Und genug Feuerkraft, um Angreifer abzuschrecken. Hm. Ihr Jungs, wollt ihr der Bruderschaft beitreten? Bringen Sie nicht auf dumme Gedanken. Oh, 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 ja, die Laser. Die Powerrüstung, das ist das Coolste, was ich je gesehen habe. Marty, schon jetzt pfeifst du auf deine Pflichten und der Generator ist dir zu hoch. Wie soll das funktionieren? Ah, zumindest bin ich nicht so ein Wicht wie du. Ich zahl dir was, wenn du mir die zwei vom Leib schaffst. George! Nur ein Scherz. Wir haben euch zwei doch lieb. Okay. Genug davon, ich hätte noch ein paar weitere Fragen. Okay, ich wurde nicht zum Rekrutieren hierher geschickt. Joss, was hältst du davon, wenn deine Söhne sich der Bruderschaft anschließen? Oder Carol, wäre es in Ordnung für dich, wenn deine Söhne sich der schönen Bruderschaft anschließen? Ich werde erst mal das hier sagen. Ich wurde nicht zum Rekrutieren hierher geschickt. Dann tust du es doch bitte auch nicht. Oh. Oh. Ich kann euch wirklich helfen. Ich kenne mich mit Maschinen aus und arbeite hart. Mann, immerhin habe ich die Bots da draußen repariert. Vergiss ihn. Die Bruderschaft ist eine harte Truppe und kein Haufen von Freaks. Ich bin der Richtige. Hört auf damit, Jungs. Ähm. Carol, wäre es in Ordnung für dich, wenn deine Söhne sich der schönen Bruderschaft anschließen? Es gefällt mir nicht, aber sie sind erwachsen. Fast jedenfalls. Und ich weiß, sie werden sowieso ihren Weg gehen. Aber wir brauchen Hilfe auf der Farm. Wir schaffen es nicht allein. Wenn einer der beiden gehen will, müssen George und ich damit leben. Aber beide Jungs kriegst du nicht. Oh. Ich, ich, ich. George, was hältst du davon, wenn deine Söhne sich der Bruderschaft anschließen? Vorsicht, George. Du hast sie gehört. Wenn sie sagt, einer darf gehen, dann darf einer gehen. Hm. Okay. Genug davon. Ich hätte noch ein paar Fragen. Von mir aus? Paladin Rahmani hat mich geschickt, um herauszufinden, woher die Gulenangriffe kommen. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber wir haben einen Verdacht. Bei vielen Sichtungen und Angriffen handelt es sich um Reisende auf dem Highway nach Flatwoods. Sie kommen aus den Hügeln. Nordwestlich der alten Molkerei. In der Richtung liegen nur noch die Überreste der Orville-Plantage. Könnte der Ursprung sein. Wirst du sie auslöschen, wenn du sie findest? Der Plan ist alles komplett auszulöschen. Charisma 4 Plus klingt so, als würde ich euch dadurch helfen. Vielleicht gibt es eine Belohnung für meine Mühen. Du bist doch für die Bruderschaft unterwegs. Du machst das für die, nicht für uns. Sie hat recht, aber natürlich sind wir dir auch dankbar, wenn du das Risiko eingehst. Hier. Tja, wo Gule sind, ist auf Strahlung nicht weit. Okay, irgendeine Idee, um wie viel Gule es sich handelt. Leider nicht. Mehr als nur ein paar. Aber keine Horden, was man so hört. Wenn du allein gehst, können selbst ein paar von ihnen tödlich sein. Sei vorsichtig. Ähm. Der Plan ist alles komplett auszulöschen. Schön zu hören. Du würdest allen in der Gegend hier einen Gefallen tun. Keine Frage. Auf sicheren Straßen lässt es sich gut handeln. Das kommt allen zugute. Die Bruderschaft würde Freunde gewinnen, wenn du das machst. Ich hätte da noch ein paar andere Fragen. Na schön. Ah, okay. Ich habe alles, was ich brauche. Danke, ich sollte aufbrechen. Erschrecke uns nächstes Mal nur nicht wieder. George fackelt nicht lang mit der Schrotflinte. Ja, ist ja gut, Carol. Ist ja gut. Abgeschlossen. So, ich würde gerne den Colin rekrutieren. Das ist er hier. Ich möchte der Bruderschaft beitreten. Ich bin nicht so stark wie mein Bruder, aber ihr braucht doch bestimmt kluge Köpfe, oder? Aber auf jeden Fall. Das ist eine große Entscheidung, Colin. Willst du der Bruderschaft wirklich beitreten? Das will ich. Diese Farm ist nicht meine Welt. Die Bruderschaft kann Dinge verändern. Dort gehöre ich hin. Machst du mich zum Rekrut? Ganz ehrlich, Colin, ich weiß nicht. Wenn du mir hießt, würde ich dich aber empfehlen. Äh, Lün, klar kann ich das. Sie werden auf mich hören. Keine Ahnung, was passieren wird. Ich bin selbst noch kein Mitglied. Ich muss dir erst noch ein paar Fragen stellen. Ja? Du hältst dich also für clever? Du wirkst nicht wie ein Soldat. Bin ich vielleicht auch nicht, aber ich bin auch kein Farmer. Die Bruderschaft hat Technologie. Ich kann dort viel lernen. Mehr will ich nicht. Kannst du kämpfen? Ich wäre sicher nervös. Aber ich werde es erst wissen, wenn ich damit konfrontiert werde. Ach, Training. Ich will es aber riskieren, wenn ich dafür von ihr wegkomme. Okay, sehr gut. Solltest du nicht lieber bei deinen Eltern bleiben? Das wäre sicherer. Es ist sicher, ja. So sicher, dass ich hier noch als alter Mann rumhängen würde. An der Farm ist nichts auszusetzen und ich liebe meine Eltern, aber... Da draußen ist noch so viel mehr. Ja, das stimmt. Du musst dich nicht der Bruderschaft anschließen, um die Farm hinter dir zu lassen. Mag sein, aber... Marty hat in einem recht. Die Bruderschaft besitzt die coolste Tech. Es wäre toll, damit zu arbeiten und von ihnen zu lernen. Haben wir noch was? Okay, bis später dann, Colin. Ja, warte. Interagieren. Nein. Ach, komm schon, Colin. Colin. Ich möchte der Bruderschaft beitreten. Ich bin nicht so stark wie mein Bruder, aber ihr braucht doch bestimmt kluge Köpfe, oder? Ähm, ja, das Problem ist jetzt... Was ist denn der Marty? Hallo, Marty? Ach, der ist hier oben. Du musst mich mitnehmen. Ich bin bereit. Ich weiß es genau. Ich will so werden, wie dieser Ritter Shin, der hier war. Okay. Marty, möchtest du wirklich der Schilder in der Bruderschaft beitreten? Aber klar, dass die hier auftaucht, ist das Aufregendste, was ich je erlebt habe. Ich höre mich zwar wie ein quengelndes Kind an, aber ich mein's ernst. Ich würde alles tun. Kannst du mich echt reinbringen? Keine Ahnung, ich bin ja selbst noch ein Mitglied. Lügen? Na klar, ich bin eine ziemlich große Nummer bei der Bruderschaft. Ich hätte da erst noch ein paar Fragen. Genau. Oh, sicher? Was immer du willst. Was macht aus dir einen guten Rekruten für die Bruderschaft? Ich bin stark und fit und kann kämpfen. Gegen alles. Mutanten, Ghule, Raider oder was auch immer. Du bist Ritter Shin begegnet? Aber klar doch. Und Paladin Ramani. So cool. Ich habe sie mit Fragen gelöchert und erzählt, dass ich die Farm verlassen will. Und sie meinten, ich sei bemerkenswert mutig. Okay. Das heißt wohl, dass sie mich mochten. Hast du überhaupt schon mal gekämpft? Nicht so richtig, aber manchmal verscheuche ich mit dem Gewehr Viecher von den Feldern. Ich habe mal nachts einen Supermutanten gesehen. Glaube ich. Den habe ich erschossen. Papa kam wegen des Lärms angerannt. Am Ende kam raus, dass es nur ein Busch war. Aber Angst hatte ich keine. Der ist gut. Oh mein Gott. Einen Supermutanten mit einem Busch verwechseln. Okay. Beziehungsweise einen Busch mit einem Supermutanten. Willst du deine Eltern hier wirklich verlassen? Aber klar. Dass die hier auftaucht, ist das Aufregendste, was ich je erlebt habe. Ich höre mich zwar wie ein quengelndes Kind an, aber ich meine es ernst. Ich würde alles tun. Kannst du mich echt reinbringen? Keine Ahnung. Ich bin ja selbst noch kein Mitglied. Was? Echt? Aber du arbeitest für sie, oder? Du könntest ein gutes Wort für mich einlegen. Wenn du wolltest. Ja. Ich kann nicht versprechen, dass sie dich nehmen. Aber wenn du mir hilfst, lege ich ein gutes Wort für dich ein. Aber klar. Die werden bestimmt auf dich hören. Ich bin eine Riesenhilfe. Wirst sehen. Aber willst du mich wirklich mitnehmen? Ich will dir nichts ausreden, aber ich bin nicht der Einzige. Der Beste zwar. Natürlich. Aber. Vielleicht hast du recht. Ich sollte wohl auch mit deinem Bruder reden. Oh. Oh mein Gott, meine Lieben. Was soll ich tun? Soll ich jetzt den Marti lieber mitnehmen? Also ihmchen hier? Oder lieber den Colin? Den Braven. Den hier. Ja. Ihr könnt mir das ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin mir schon wieder so unschlüssig. Ich meine klar, die Bruderschaft braucht auch kluge Köpfe, ganz klar. Das wäre er hier halt, ne? In Sachen Tech und so. Aber die Bruderschaft könnte, glaube ich, auch ein paar Kämpfer wie den Marti gebrauchen. Also von daher weiß ich nicht so recht. Und mich nervt es hier, dass ich dieses fucking, die fucking Zeitschrift hier nicht finde. Das ärgert mich jetzt gerade so ein bisschen. Ich sehe sie aber auch nicht, ne? Hüttrann kriege ich auch nicht auf. Ja. Ich weiß nicht, wo ich die Zeitschrift finden soll. Keine Ahnung. Passt da draußen auf dich auf. Mach ich. Viel Glück. Das klingt mir so, als wenn das hier irgendwie wäre. Aber I don't see this. Ja, meine Lieben. Also, dann würde ich sagen, mache ich erstmal für heute Feierabend. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es Marti oder Colin sein soll. Und bei Gelegenheit vielleicht auch die Sache mit der Zeitschrift hier. Weil ich finde die absolut nicht, ne? Ich könnte nochmal kurz nach oben gehen, aber... Ich sehe wirklich rein gar nichts. Quatt. Ich kann nochmal Licht anmachen, aber... Gerade mache ich mal aus. Vielleicht lag die ja immer hier oben. Also, wie gesagt, ich sehe es nicht. Jetzt gehe ich nochmal hier hinten hin, aber hier hinten ist, glaube ich, auch nichts. Vor allem ist auch denn der Ton wieder leise. Also, ich glaube nicht. Also, entweder ist es hier oben eigentlich. Nur ist sie gerade nicht vorhanden, aber trotzdem wird es mir angezeigt. Also, ne? Man geteasert sozusagen, aber... Ne. Gut, meine Lieben. Also, sagt mir bitte Bescheid. Es wäre sehr, sehr lieb von euch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut. Habt ein super schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye.